Hallihallo. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Atem. Ich bin gerade die Kamera rüber geholt und dachte, ich mache gerade ein Video daraus. Ich habe diese Woche sehr, sehr ungesund gelebt. Ich habe viel Wein getrunken und viel Kaffee. Und ich habe versucht viel Wasser, aber ich merke es, ich habe einen recht kopfei-hit. Und darum, nachdem ich gestern in Sassou war, gerade an der Langstrasse, habe ich mich mega inspirieren lassen. Vom Karmapolis Saft. Weil ich den gesehen habe, dachte ich, das wäre vielleicht etwas für mich. Viel Grünzeug. Und so sieht das jetzt gerade bei mir aus. Ich habe einen Safter von Philly. Pssss. Mutter, verziehe ich da keinen Blödsinn? Nein, es ist von Philly. Aber ich kann dann auch noch das Modell verlinken. Und ja, es geht eigentlich mega easy, mega schnell. Natürlich, ich müsste es nicht so hübsch anrichten. Ich habe das natürlich für euch gemacht und fürs Fetterli. Und äh, ich habe noch nie Goji-Beeren in den Juicen reingetan, aber ich versuche es mal. Und Kokos draspelte und dann oben drauf an. So, also ich habe Orangen, Sellerie, Petterli, Koriander. Und ähm, Pfeffermütze, Grapefruit, Orangene, Sitorne. Wenn ihr es mit, einfach nicht mehr schauen, wenn ihr solche Sachen mit der Schale drehtönt, dann schaut, dass es Bio ist. Die Gurke. Ähm, Gott, ich habe den Namen vergessen. Krauskohl. Irgend, irgendetwas. Ich, ich, ja, ja. Ähm, ich schaue dann auf die Mikroverpackung. Ja, das ist falsch. Also, ich mache mich zurück.